hallo und willkommen zurück meine lieben freunde der zauberer zum zu battle mages sign of darkness gut wir haben hier unsere kleine truppe wir haben hier die sumpf behausung platt gemacht haben den stahlpanzer aus der sumpf behausung die können wir vorläufig mal anlegen können dann wolfsrude beschwören und diese grabstätte doch platt machen so akkolyten Und jetzt werde ich es unternehmen. Mit Freude. Und... So, wir haben einen Energiering. So, Energiering. Ja, und auf dem Rückblick machen wir noch den Friedhof platt. So, Barak hat keine neuen Aufträge für uns. Ugdun ist feindlich. Und das ist der Lichtturm. Da gibt es sogar nur einen Gegner, was das Ganze praktisch macht. Ja, nämlich den Schreckensmagier, der uns jetzt gerade da ordentlich auf den Sack gehen kann. So, Schamanen und Angreifer haben einen Stufenaufstieg. Der Licht war zu Lebenszeilen ein berühmter menschlicher Magier. Er tat viel Gutes, indem er sich noch Jahrhunderte erinnern wird. Aber bei seinem Lebensende wählte er die dunkle Seite. Die Hyäne und ich. Faster, faster, faster. Ja. Ja. Na ja, und hier ist auch noch eine Wolfsgrube, die wir kaputt machen könnten. Faster, faster. Faster, faster. Also ja, erstmal die Wolfsgrube. Cut them down. Personally. The Hyäne und ich. Really? Us? Uh-huh. Ready to kill. Faster, faster. Yes. So, verteilen wir mal das Zeug ein bisschen besser. Forward, forward. Und jetzt müssen wir hier die da auseinander nehmen. Yeeha! Juhu! Faster, 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 faster. Juhu! Juhu! How will it be fortified? What? Again? Na, das ist nicht gut. Aha. As you wish. Aha. Aha. As you wish. As you wish. As you wish. As you wish. I'm going. Aha. With pleasure. Okay, die kriegen aufs Maul, gerade ganz schön. Personally. How will it be fortified? Yes. Yes. Und ich schon wieder auf meinen Schamanen losgehen. Aha. Now, I'll undertake it. As you wish. Aha. I'm going. With pleasure. Now, I'll undertake it. I'll leave bolts for the hyena. Personally. So. God, ist da viel Gold drin gewesen. Now, I'll undertake it. Now, I'll undertake it. Now, I'll undertake it. Ja, das war gut. Das dauert noch eine Weile. Jetzt sind wir mal hier rüber. Soll ich... Nee, das brauchen wir erst mal nicht. Schlamm zur Erde. Ich spare mir lieber die Erfahrungspunkte auf. Faster. What? And? Personally. And? Forward, forward. Yes. Mmh. Bleib mit. Oh, okay. 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 Wir sind jetzt also umgezogen. Pflanzer. It's time to rise from our knees. Orcs are born to be free. Let's unite against our enemy, the Empire. May the gods of Svern never leave us. We shall fight for the sake of our children. We shall banish the intruders from our lands. Oh, wir haben eine kleine Zusatzarmee gekriegt. Und ja, unser Geist, äh, der ist dahin geportet worden. Und ja, da ist jetzt unser Turm. Oh, eine Wissensschriftrolle, die nehme ich gerne. Gib sie aber an dich weiter. Oh, wir haben noch einen zweiten Schamaden. Jetzt aber erst mal dich auffüllen. Falscher Schamane. Falscher Schamane. So. So. Juhu. Das heißt, was ich mir der am Meer als erstes anstellen werde, da sie noch kampfstark ist, ist den Ogre ausschalten. Also die Ogre-Hütte da oben. Falscher Schamane. Falscher Schamane. Falscher Schamane. Falscher Schamane. Ja. Juhu. Juhu. Genau, den Ogre da oben. Oh, jetzt speichert er noch. Also die Wolfsgrube sind wir losgeworden. Juhu. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man merkt aber, wie viel Schaden so ein einzelner Ogre anrichten kann Trotzdem will ich die Ogre-Grube, also die Ogre-Hütte da oben erstmal loswerden Einfach weil das auch verdammt viele Erfahrungspunkte gibt im Augenblick, die zu töten Ja So, Kämpfer haben sie Sogar die nächste Stufe erreicht Die haben wirklich brauchen wirklich keine Führung So Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserer Stadt Können die Truppen wieder auf, quälen sie ab Das dürften wir ja können Hoffe ich jedenfalls mal Wie gesagt, was hier oben alles so ist Das können wir erstmal ignorieren Ich werde nämlich, glaube ich Sobald ich die Stadt gerettet habe Erstmal den Sumpf komplett leer räumen Der hat auch zwei Level gekriegt Das ist gut So, Wissensschriftrolle Vielleicht kriegen wir nochmal eine Wissensschriftrolle Na gut, die Ecke hier haben wir Hier sind noch ein paar Sachen Dann gibt's noch den ganzen Bereich Das hier unten haben wir auch alles Also jedenfalls denke... Ne, hier haben wir noch nicht gekriegt Was auch immer da in der Höhle ist Und halt den gesamten Sumpf müssen wir noch leer räumen Und ja, das machen wir auch alles Einfach die Erfahrungspunkte wegen Und um unsere Einheiten zu verbessern So Kaufen Aktualisieren Jetzt haben wir Plünderer So, habt ihr noch eine Wissensschriftrolle vielleicht zum Kaufen? Ja, habt ihr Tatsache Wir wissen unsere eigenen Wissensschrift Was?